Mittwoch, kurz nach 9.30 Uhr, Zeit für eine neue Ausgabe des DAX Check, natürlich mit Thomas Bergmann. Hallo. Hallo Maiko. Wir schauen auch heute mal wieder auf die Kurstafel in Frankfurt, gleich zu Beginn der Sendung, denn wir sehen, wir sind mit einem kleinen Plus in den Tag gestartet. Passt ja zum gestrigen Bild, auch da haben wir einen Plus eingefahren beim DAX, 0,5 Prozent ging es nach oben. Es scheint sich also dann doch wieder ein bisschen zu entspannen, die Situation. Es ist die Ruhe vielleicht vor dem Sturm, weil heute Abend wird die nächste Zinsentscheidung bekannt gegeben, wobei hier, denke ich mal, nichts passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die FED die Zinsen anheben wird, wird bei etwa 3 Prozent gesehen, also quasi null. Und von daher ist es jetzt einfach mal eine kleine Ruhepause nach den doch etwas turbulenteren Phasen in der letzten Zeit. Wir hatten ja hier diese lange Sidewards-Range zwischen 12.600 und der 12.900-Punkte-Marke, dann eben hier jetzt in den letzten Tagen mal etwas deutlicher gefallen, wobei das alles ja, sag ich mal, im Rahmen ist, wenn wir uns den längeren Chart anschauen. Wir kommen ja von 9.700 Punkten, sind dann auch um 3.000 Punkte gestiegen und jetzt ist der Rückgang mal 600 oder 700 Zähler. Also ich würde sagen, das ist eine Korrektur oder eine Konsolidierung, die völlig im Rahmen ist. Was halt nicht passieren darf, ist hier, dass wir unter die Marke von 11.800 gehen, sprich unter die 200-Tage-Linie. Das wäre kein positives Signal auf jeden Fall, eher negativ natürlich. Vorher haben wir ja einige Unterstützungen zu bieten, hier im Bereich 12.000. Dann, wie gesagt, sind wir ja auch schon sehr schnell an der 11.800. Und wie gesagt, diese Marke sollte halten. Die sollte halten. Was sind denn momentan die Einflussfaktoren außer der FED, die heute ansteht, der FED entscheidet? Ja, klar, die Berichtssaison, die ja eigentlich gar nicht mal so schlecht läuft, zumindest jetzt, was in Amerika ist. Also von daher kann man sich durchaus denken, dass S&P, Nasdaq, Dow weiter ihren Höhenflug fortsetzen. Und das sollte auch den DAX stützen. Ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen, und das hängt natürlich auch mit der FED zusammen, ist der Euro. Der Euro ist von 1.04 auf 1.16, 1.17 gestiegen. Das macht oder wird sich natürlich, wenn dieses Nouveau gehalten wird, in den nächsten Bilanzen niederschlagen. Also sprich in Q3, Q4. Und das könnte natürlich dann auch zu sinkenden Gewinnen bei vielen exportorientierten Unternehmen führen. Was wiederum dann natürlich auf die Kurse sich niederschlägt. Und wie gesagt, wenn ich mir jetzt den Chart hier anschaue, muss man ganz klar sagen, hier haben wir eine Art Top-Bildung mit dem gescheiterten Versuch, eben die 12.9 zu überwinden. Dass es jetzt nach unten geht, ist relativ wahrscheinlich. Aber wie gesagt, die Unterstützungen sind 1,5, 2,5 Prozent weg. Darf deswegen jetzt langfristige Positionen zu schließen, würde ich jetzt mal sagen, lohnt sich da nicht. Natürlich gibt es in solchen Phasen auch Aktien, die sich besser schlagen, andere die natürlich schlechter sind. Also das ist logisch. Von daher muss man jetzt nicht alles auf einmal jetzt panikartig wegschmeißen, sondern eben mal selektieren, was ist gut, was ist schlecht. Wo bin ich überzeugt. Was jetzt aber den Tags betrifft, und da sage ich mal, sind wir mit dem Short, glaube ich, ganz gut aufgestellt, den wir empfohlen haben. Weil wir, denke ich, doch die 12.000-Punkte-Marke mal testen. Wir schauen uns mal die Details des Produkts noch an. Falls Sie das noch nicht gesehen haben oder noch nicht mitbekommen haben, da sehen wir es. 8 Euro war das Limit gelegen, da sind wir auch eingestoppt worden. Wie gesagt, ist ein relativ aggressiver Hebel mit 14,9. Also kein Witwen- und Weißenpapier, sondern da muss man schon verstehen, um was es da geht. Also das ist, wie gesagt, 100 Punkte im Tag sind 1 Euro. Also das sind dann schnell mal 13 Prozent weg, wenn man da mal nicht genau hinschaut. Damit muss man immer wieder rechnen. Also das ist, wie gesagt, eher was für Trader, für Mutige. Also kleine Positionen, um vielleicht auch mal eine Long-Position, die man jetzt in einer Aktie hat, zu hedgen. Gut, dann Dankeschön für heute, Thomas. Danke auch Ihnen. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Bis dahin.